Beachte bitte unseren Disclaimer. Wenn der Präsident der USA in nur vier Tagen durch ein Wundermedikament geheilt werden kann, dann müssen wir natürlich über das Unternehmen sprechen, welches dieses vielleicht wunderbare Medikament herstellt. Und damit herzlich willkommen bei deinem neuen Video Kennen und Verstehen. Heute sprechen wir über Regeneron. Ich bin Philipp von Modern Value Investing und wir wollen dich dabei aktiv unterstützen, mit Investmentideen mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentideen mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und natürlich aktiviere bitte die Glocke. Und wir starten heute mit Regeneron. Starten wir mit den Fakten. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, sitzt in Tarrytown in der USA, hat 8100 Mitarbeiter, ist in der Pharmaziebranche und der CEO ist Leonard S. Schleifer. Wichtig ist, er ist ein guter Freund vom Präsidenten der USA, von Donald Trump. Was ist das Geschäftsmodell von Regeneron? Regeneron Pharmaceuticals ist auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Arzneimitteln spezialisiert, die zur Behandlung von Augen und Entzündungskrankheiten sowie Krebserkrankungen eingesetzt werden. Wichtig ist, ein Großteil der Umsätze macht man auch mit der Partnerschaft mit Sanofi und Bayer. Ja, du hast richtig gehört, Bayer, weil sie sind Mitinhaber des Augenmedikaments Aylia. Wem gehört das Unternehmen? 84,6% des Unternehmens ist im Streubesitz. 13% besitzt das Unternehmen selber. Es gibt A-Aktien mit einer Stimme und B-Aktien, diese werden aber nicht gehandelt, mit 10 Stimmen. Das heißt, die Aktionäre der B-Aktie haben mehr Stimmen als alle A-Aktionäre zusammen. A-Aktien werden gehalten, 11,3% von Fidelity, 7,03% von der Vanguard Group, Crabtree Research, 6,63%, SSGA Fund, 4,35%, Wellington, BlackRock, ICANN und auch was mich überrascht hat, ist, dass The Procter & Gamble Company 2,12% an Regeneron hält. Wo werden die Umsätze erzielt? 100% mit Medikamenten in der USA, 61,5% und im Rest der Welt 37,1%. Die Umsatz- und Gewinnentwicklung, wir sehen, richtig ging es erst los mit den Umsätzen und auch mit den Gewinnen und positiven EBIT ab 2012. Die Schätzungen sehen einen Peak im Jahr 2021 und dann, naja, mal schauen, was ab 2023 so passieren wird. Die EPS-Entwicklung, auch hier ab 2012 ging es wirklich nach oben. Ständig steigend oder stetig steigend ist es auch nicht wirklich, aber wir haben hier doch einen Aufwärtstrend, aber auch hier ab 2022 soll es wieder rückläufig sein. Vermutlich läuft hier das Patent von einem Medikament aus, was ordentlich Gewinn je Aktie beisteuert. Was sind die Chancen und Risiken Regeneron war in den letzten Tagen wirklich deutlich in den Medien zu sehen, warum es sei ein Heilmittel und ein Segen Gottes gegen Covid-19. Ein experimentelles Medikament der Firma Regeneron, zumindest das, sagt US-Präsident Donald Trump. Seitdem berichten Ärzte in der USA von einer sprunghaften Nachfrage nach diesem Medikament, das noch nicht bei den zuständigen US-Behörden für Lebens- und Arzneimittel, kurz FDA, zugelassen ist. Der Aktienkurs des Unternehmens schnellt in die Höhe. Und hier ist auch ganz wichtig, einfach nach Trumps Ankündigung hat die Biotech-Firma Regeneron bekannt gegeben, dass sie bei der FDA einen Eilantrag gestellt haben für die Zulassung des Medikaments. Regeneron erklärte, dass es derzeit genug Dosen für 50.000 Patienten habe, aber in den kommenden Monaten könnte man das auf 300.000 hochfahren. Und das ist natürlich hier die enorme Chance. Wichtig ist aber auch, was die Financial Times berichtet hat, und das ist auch gleichzeitig Risiko, dass der Chef von Regeneron auch ein Bekannter des Präsidenten ist. Herr Schleifer war einige Jahre Mitglied von Donald Trump, seinem Golfklub, und die beiden scheinen sich auch persönlich zu kennen. Also, es ist hier wirklich schwierig, auch wenn wirklich Donald Trump auch noch Aktien an dem Unternehmen erworben haben soll, bis er sie verkauft hat. Diese Chancen sind aber auch jetzt schon im Aktienkurs eingepreist. Wir sehen es am 2. Oktober, es ging hoch auf fast 520 Euro je Aktie. Also, hier muss man wirklich aufpassen. Schauen wir uns die Peer Group an. Wir haben hier mit dabei Gilead Science, Vertex, Beyond Tax, aber hier könnte man auch noch Moderna zum Beispiel nennen. Also, etwas, was Medikamente auch für Covid entwickelt. Wir sind hier jetzt voll im Covid-Fieber mit Regeneron. Schauen wir uns die Bewertung an. Analysten rechnen mit steigendem Umsatz, steigendem EBIT und steigendem Gewinn je Aktie. Die Nettomarge soll ausgebaut werden, aber Obacht, eine Dividende je Aktie gibt es nicht. Also, liebe Dividendeninvestoren, ich vermute, ihr seid jetzt hier raus. Bei den Analysten-Schätzungen ist es ziemlich interessant. 11 sagen kaufen, 4 sagen aufstocken, 10 sagen halten, 1 sagt reduzieren, 0 sagen verkaufen. In letzter Zeit war es eigentlich immer so, dass das Kursziel über dem eigentlichen Kurs lag. Und auch jetzt haben wir es wieder, das Kursziel ist über dem eigentlichen Kurs, was die Analysten schätzen. Also, die Analysten setzen mehr Hoffnung als die Anleger in den Kurs, auch spannend. Schauen wir uns jetzt an, natürlich die Einteilung nach Lynch. Wir haben hier ein nicht-zyklisches Unternehmen, wir haben ein stark wachsendes Unternehmen, wir haben gar keine Dividende. Er würde einfach empfehlen, buy and hold. Wie hoch ist eigentlich der Lebermann-Score? 3 Punkte halten, also auch im Konsens mit Peter Lynch, buy and hold. Der Petrovski-Score, 4 von 9 möglichen Punkten, was bemängelt er? Ansteigende Kapitalrendite, dann die Liquidität steigt, also sie wird schlechter, wir haben geringeres Eigenkapital, die operative Marge wird weniger und die Produktivität nimmt ab. Also, das ist wirklich nicht etwas, was für das operative, also für den Petrovski-F-Score spricht. Im Gegensatz dazu kommt der Trader-Fox-Qualitätsscore auf 15 von 15 Punkten, es gibt nichts zu bemängeln. 1991 1.000 Dollar in Regeneron investiert, wären daraus jetzt geworden 28.500 Dollar. Die Performance der letzten 10 Jahre, unglaubliche 35,88%. Es scheint so, als hätten wir hier wirklich ein qualitativ hochwertiges Unternehmen. Der Dividenden-Check, klar, es gibt keine Dividende, deswegen auch nur 6 von 15 Punkten. Der Wachstums-Check, auch hier 14 von 15 Punkten, alle Zeichen stehen auf Wachstum, außer der Trend der letzten 3 Monate. Aber gut, wir wissen, an der Börse wird die Zukunft gehandelt und deswegen heißt es jetzt volle Fahrt voraus. Was sagt eigentlich die Checkliste? Punkt Nummer 1, natürlich haben wir ein verständliches Geschäftsmodell. Ja, das haben wir Pharma-Medikamente. Glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher sein wird als jetzt? Jein, alles hängt hier von ab, jetzt auch gerade von Corona. Dazu natürlich auch noch, was macht eigentlich die andere, also was machen die anderen Medikamente in der Pipeline? Kenne ich die Segmente, wie das Unternehmen Geld verdient? Ja, es gibt nur eins. Schulnote 2. Erzieht das Unternehmen Umsätze und Gewinne in Währungen, in denen ich investiert sein möchte? Nein, ich finde den US-Anteil mit über 60% einfach zu hoch. Rest der Welt ist mir auch zu ungenau. Nach Peter Lynch haben wir einen Fast Grower, das heißt Buy and Hold. Schauen wir uns jetzt die Checkliste für Fast Grower an und da ist natürlich, ist das Wachstum über 7% mit der Dividende natürlich, weil wir wollen den Markt schlagen und Regeneron hat bei dem Wachstum gute Chancen, auch den Markt zu schlagen. Deswegen Schulnote 1, also sie haben sehr gute Chancen. Natürlich ist das Risiko, die Fantasie macht hier den Kurs, Stichwort Covid. Würde ich kaufen? Nein, würde ich nicht. Ich vermag es nicht zu sagen, wer hier die Hand oder die Nase vorne hat. Natürlich ist die Hausaufgabe, halte die Fantasie im Blick und das dürfte natürlich spannend werden, wie auch die FDA darüber entscheidet. Sollte die FDA negativ entscheiden, dürfte es hier zu einem Kurseinbruch kommen. Sollte sie positiv entscheiden, könnte die Aktie auch steigen. Insgesamt kommen wir auf einen Notendurchschnitt von 2,2. Wir haben hier ein gutes, solides Unternehmen. Das war es mit Regeneron für heute. Es ist wirklich ein spannendes Unternehmen, scheint auch viel Qualität zu haben, aber wichtig, du musst dir bewusst sein, dass in diesem Unternehmen sehr viel Fantasie ist und wenn diese Fantasie nicht bestätigt wird, könnte es zu einem wirklichen Kurssturz kommen. Wichtig ist natürlich, dass du deine eigene Meinung und deine eigene Entscheidung triffst und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao!